Herodot Der Flötenspieler und die Fische Ein Flötenspieler sah die Fische im Meer und spielte auf seinem Instrument, weil er meinte, sie würden dann aufs Land herauskommen. Als er sich in seiner Erwartung getäuscht sah, nahm er ein Netz, fing damit eine große Menge Fische und zog sie aus dem Wasser. Wie er sie nun zappeln sah, sagte er zu den Fischen, Hört jetzt auf, mir etwas vorzutanzen, denn als sich die Flöte blies, wolltet ihr ja auch nicht herauskommen und tanzen.